hallo neue folge wir haben uns gerade entschieden dass ich dran bin mit der anbord weil christian spielt ja er kliniert jetzt den raum wo ich versuche sich nicht dran verscheitert scheitert schulige taktik und ich nicht gesehen hat er ist doch die ultimative eric power bewegung ich verstehe ich konnte ja nicht visieren ja nicht weil sie zu nah dran war oder was ich mach das erstmal so weiter wie ich es gerade gemacht habe ich habe gedacht ich habe mich jetzt gerade dermaß in den kopf geschossen dass er dort ist ja war wohl eher nicht so ich habe jetzt noch nicht so ganz verinnerlicht wie es hier abläuft in dem raum aber wie man immer so ich habe es ja wieder gelesen man muss halt mir wollen wir immer wieder doppelt und dreifach spielen ja weil muss halt die taktik rausfinden genau alle facetten der räume auch kennenlernt okay überwältigen nahkampf 3 ja muss aufpassen oben wegen den stegen da sind natürlich ja der roboter der roboter der roboter ist aber am gehetzen muss ich noch irgendwo mal sehen hier kommandant der roboter ist nicht und gar nicht mal so schlecht mhm hast du die hinten in der ecke finden wir sehen über die uhr Hier oben wird es in Luft gejagert. Ja. Oh, nicht so viel. So, jetzt möchte ich den nach oben erstmal kalt. Man riecht auf die Eier. Oh, nicht. Ich muss weg, 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 weg. Hey, was ist denn vorhin? Hey, das kann aber nicht wahr sein. Aber die Taktik erstmal so an sich ist ganz gut. Muss jetzt bloß gucken. Behalt die Waffe doch, bevor du vor dem stehst. Da musst du nicht so weit zurückrennen. Ja, aber ich kann die nicht in Nahkampf killen. Na, du hättest aber hier zum Beispiel ablegen können. Das stimmt allerdings. Also wenn du den hast, die Waffe gleich mitnehmen, den anderen killen und dann gleich den Steg nach oben. Ja. 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 Oh Gott, das ist das geilste. Ich hab mir letztens wieder Saukraut geholt. Muss das ja bloß noch machen. Und ich lieber für Rotkohl. Das war ja genauso geil. Ey. Das meine ich deswegen, das ist eine scheiß Idee gewesen. Dann renne ich lieber zurück und lasse kommen. Mhm. Als wenn ich jetzt da sitze, weil ich kann mit der Waffe nicht machen. Ich bin der Meinung, wenn du oben auf den Stegen bist, hast du leichtere, als wenn die alle immer von oben ballern. Und dann muss man was anderes hinsetzen. Ich muss mich hier heruntersetzen. Ja. 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 Geht recksau. Okay. Mach dich jetzt wieder so, wie es vorhin noch da war. Ich glaube, ich bin eigentlich ganz süß mit dem Lohen. Und dann sollen sie auch kommen. Ist mir egal. Dann setze ich lieber da hinten. Irgendwo um sichern. Mehr oder weniger. Pff. So geil. Nein, nee. Ja. 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 Ich bin hier auf dem Steg mit der anderen Waffe, dem Shot. Scheiße. Sehr gerne. Das ist ein komischer Ton, ehrlich. Ja. Scheiße. Oh, tot. Hm. Ja. Ja. Ok, da haben wir eben. Jetzt ist noch kein Alarm hier eben. Filer. Ich gehe mal hier, unter dem. Das ist mal hier ein bisschen. Hm. das schmerz und fressen schätze dass sie und worum du bist so lektiert kurser Da oben läuft es. Hm, warte noch ein bisschen. Dann darf er also noch mal ihn hinsetzen. Ja. Da kommt noch Jenny mehr oder was? Oder reicht ihn schon? Fette Ding. Da oben. Fette Fieste. Okay, da oben gehen. Nicht da einfach. Da, genau, da wo die gibt's nicht. Das ist die Jenny voller Bestand, oder? Nee. Das ist hinter dem. Ja. Okay. Finde mal. Hier war. Nee, der ist vor der Treppe, vor der Treppe. Hm. Wunderbar, wo ist ein fetter? Puh, kann man mal einen Schuss oder so, was? Hm, da haben wir vor der Treppe. Wo? Da kommt. Der ist da hinten runtergekommen. Fuck. Okay. Da zieh' ich nochmal in Schärft. Okay. Ich geh' einfach mal nach oben. Ja. Scheint ja erstmal relativ ruhig zu sein hier. Jetzt haben wir die Kommandanten rumrennen hier. Steigung scheint wohl schon durch zu sein. Also, mit der Bräu kann ich auflaufen. Fällt mir gerade rein. Ja. Also, jetzt sieht das mal schon mal mit mir jetzt schon mal besser aus. Besser erklärt. Und ja. Auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen. Panzer. Hup. Steht da drauf, oder? Nee, durch die Tür schießen. Das Fenster. Okay, das war Nummer 1. Und eine geile Karte hier. Die Karte her, Freundschaft. Ey, wirklich mal. So rum, ihr Zöger hier. Finden wir nochmal ein bisschen Sushi. Oh ja, Sushi, ey. Wieder Bock auf Sushi, ey. Wir müssen unbedingt noch zum Griechen nochmal gehen. Ja. Wo ist denn jetzt noch Kommandant eigentlich? Nee, jetzt wieder rein. Der muss hier oben sein, ja. Komm zu, Daddy. Ah, hinter. Hallo. Nein. 18, 18, 19. Das ist wieder rein. Ich stehe wieder. Ja. Okay. Gucken wir hier nochmal kurz. Okay, hier so mischt. Der nur hier durch die Tür, wa? Nee, die ist auch zu. Die ist auch zu. Die umsichtliche hoch. Das ist wahrscheinlich die Spawn-Räume, wo die wahrscheinlich spawnen. Dann stellt sich da in der Anselmge. Ist hier schon richtig? Ja? Ist da ja wieder hier. Ja. Aber warum? Ja. Wohin? Der ist doch durch so eine Tür. Links? Nee. Die ist? Nee, nee. Die Dinger sind nicht. Genau. Probieren wir mal durch so eine Tür zu gehen. Okay. Das geht was vor. Und bei der anderen war doch diese Kisten. Hm. Hm. Es hängt alles zusammen. Aha. Verspürungstheoretiker. Ja. Okay. Hm? Oh. Fläser denn auch der Komma? Stimmt auch. Okay. Irgendwas lag da vorne gerade noch. 40 Schuss. Achso. Na ja. Immerhin. So. Wir nehmen alles mit. Alles wird geht. 40 Schuss sind 40 Gegner. Yeah. Hier ist die Tür offen. Jeppi. Ist das da? Nix. Oh. Sind wir anschalten? Hallo. Das war ja auch. Nee, da oben Bad weg. Ja. Das wäre cool. Wir hätten sie da im Bad weg sind gelassen. Ja, ja. Ja, danke. Guck mal, kannst du den Projektor anmachen? Äh, wo sind die? Hier nur mit da. Am Tisch. Ja. Na klar. Das ist so ein schönen Propagandafilm aufspiel. Oh yeah. Ein Lehrfilm. Lehrfilm. Ja. Okay. Und da geht's. Aber relativ ruhig hier, wa? Ja. Was ich sagen. Du meinst, der keinem Ballert. Keinem am Abballern ist. Das ist ein Irrer. Das ist ein verrückter. Krummdrehen hinter dir ist der. Achso. Doch hinter dir ist der. Ja. Willkommen beim Generalstab. Mitglieder. Ein Haufen Arschlöcher. Habt ihr Arschlöcher meine Odin-Codes? Ja, Odin-Codes. Ich hab mir mal überlegt, wie die heißen. Ja, doch. Ja, doch. Hab' ich gesagt, ich krieg's schon down. Ja, man muss eben so voller schießen. Aber ja, ja, klar. Aber sei ja, die wirfst ja hier weg. Ja, haben wir auch Händerschluss. Da, doch. Da, okay. Okay. Voll ganz arm. Oder offensichtlich die Dinger hier. Ja, wie bei Star Wars. Können wir jetzt zwar nicht vorstellen, wir, aber... Nee, wir müssen ja nicht. Ich. Okay. Stimmt. Ich muss weiter. Shit. Wer kann mich nicht bewegen? Schöße. Schweinehunde. Ist das anstreben, Alter? Anblick damit. Oh, nee. Ducken, ducken. Nicht ducken. So. Ich hab schon dieser Teppich hier ausgelegt. Sieht doch ein bisschen aus wie Darth Vader ohne Helm. Ja. Alles klar? Was tut er denn? Komm, kommst du her. Oh Scheiße, ich bin schnellst. Verdammt. Ich sehe nichts. Ich bin euch. Oh oh. Ne, das war... Okay, das war... Okay. Den haben wir. Dann hat er ein Schild aus dem Fenster geguckt und... Ich mach den einfach so kalt. Du bist schon ein ganz netter Nazi. Stimmt. Regime. Also weil der ohne Pumpgun hat, vielleicht nehme ich auch mal eine Pumpgun einfach. In dem Raum hier ist das eigentlich... Ich kann ja nicht mal so... 108, ja. Zur Kamera. Komm mal her. Nee, die kommt nicht mehr so. Dann die Gäberin. Wenn die mal hier gleich in den Raum brechen sind mit mir. Hier? Genau. Können hier lang. Okay, diese Kacktöne. Ja. Okay. Oh, fuck. Jetzt bin ich durch hier. Wann hab nochmal. Ach, das war sie. Das ist ja nicht so optimal. Das ist keine Deckung, nisch. Du verschwindest erstmal aus der Kamera, Leute. Ja, ich bin gleich wieder da. Okay. Okay. So war der Planer an sich erstmal ganz geil, oder nicht? Schockkammer. So, und hier schon. Oh, fuck. Das war aber gut. Wie soll ich da sonst durchkommen? Ja. Das ist ja wohl ein bisschen... Du hast schon wieder Angst, wa? Wenn die Zeit vorbei ist, dass du den Scheiß hier machen musst. Ah. Oh, den schönen Globus. Du hast doch wieder Flötchen gegeben. Ey, hör doch auf. Ey. Was soll ich denn das schaffen hier? Ich probier's mal ne andere Taktik. Ich wollte eigentlich rennen, aber... Das muss nicht so sein zu. Vinsichtlich. Ey. Wie soll ich denn den Raum hier clearen, ey? Wahnsinn. Ist da jemand? Ist da jemand? Nein! Das ist kein Problem. Nur BG. Voll, ich fahre mir irgendwo die eigentlich... Und die trefften mich... Hä? Die ganze Zeit. Kann mir auch nicht mal Deckung irgendwo. Ja. Und den diese Scheiß-Drecks töten auch noch. Was ist denn? Bruderschaft durch Kampf. So, die Frage schon mal beantwortet. Können den Oso killen? Nix überwältigen. Überfall. Ey, sag mal. Da haben wir ja viel. Ey, wisst ihr, wo ich langsam gelaufen soll? Kein Plan. Außenrum komme ich auch nicht. Was? Ey, komm, Alter. Ey, da, wie soll ich... Also, ganz ehrlich. Weil die Waffe... Die will man mit der. Gerade auf die nahe Distanz macht die, glaube ich, noch ein bisschen mehr Schaden als der... Dazu steht. Da ist er. Ey, sag mal, diese Drecksvieh, Alter. Ja. Ey, kannst halt vergessen. Ja, also, wirst du ja nur um mich stoßen? Ja. Wieso nicht, wiegt er sonst lang gelaufen soll? Dann, ahnung, wie er... Kommen wir ja auch hier nicht zurück. Ne. Du willst mir ja vielleicht noch ein bisschen helfen, weil ich ein bisschen Platz habe. Ich habe keinen Plan. Oh, geht schon. Ja, muss ja offensichtlich irgendwie gehen. Die ganze Zeit hat sie geklappt. Ja, ja, komm. Erzählt mir alle hier was vom Pferd, Alter. Also, wird es nicht bleiben? Dieser scheiß Quiddity wäre, wäre das vielleicht ein bisschen einfacher auch. Warum auf jeden Scheißladen? Wo bist denn du, du Kackviel? Oh, gleich ist die 27. Und sie runter. Ach. Ja, da fehlt mir ein bisschen der Flow jetzt. Ja. Jetzt bestimmt ein ganzer Weg hier oben rüber oder so. Das war das hier in Geräusche. Wegpottet. Keine Angst. Du PG. Keine Panik. Keine Panik. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Hä? Dass diese Scheiß, die ich immer noch überlebt hat. Ja. Steal and Spray. Okay, ich kriege jetzt erstmal das Ding. Ach komm. Ey, hör doch auf. Ich bin ja gerade lang gerannt. Hat es keine Sau interessiert. Die Waffe kann ich nicht aufnehmen oder was? Die sind ja schon. Zwei Schüsse, bumm, tot. Ja, die mit der Pumgarner unterwegs sind. Ja. Tja, dann wünsche ich dir gleich mal viel Spaß. Ich habe schon mal überlebt. Ja, hör. Vor allem, ich baller drauf. Passiert nix. Das würde ich mit Papierkühlschirchen schmeißen. Off hier, die Kackbuchte. Versteht. Oh. Ich schieße doch nicht mehr an mir. Lad doch mal nach, Alter. Oh, ey, komm. Noch wieder. Dauerfeuer, sag ich dazu nur. Der will mir erzählen. M-m. Nö. Schüsse, die weh. Schüsse, die weh. Schieß doch mal! Ist der echt noch am Leben? Wenn man keinen Exit hat, wo man einfach lang laufen kann, dann sehe ich es leider auch nicht. Kröne! Dicke Ding! Hey! Ja komm, erzähl mir was vom Pferd an. Sinnlos! Sinnlos! Oh, dann komm los! Hey! Der hat sich zweimal getroffen! Ja, dauernd. 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 Okay, jetzt muss ich nun... Willkommen beim Generalstab. Mitglieder? Null. Mit jeder anderen? Hey, kickt euch meine Arbeit an. Schweinebacken, Alter. So. Muss ich lang. Hier nicht. Hier? In Zweifelsfall einfach draufhauen. Geiler Spruch, BJ. Echt geiler Spruch. So, okay. Gucken wir mal, wie hier so ist. Hier ist noch die Venus. So. Jetzt ist da oben. Was ist da oben bei dem? Da in der Mitte rin? Zeigt mir auch nichts an. Warte mal, zieh da. Getritten, genau. Stop. Oh, da hätte man auch, wenn man dann bitte sitzen kann. Oh. Ähm... Glaub ich hier lang? Ne. Okay. Dann habe ich offiziell schon hier mal keinen Daumen. Heilung. Immerhin. Ja, komm, die gucken wir uns mal an. Hm. And die Reels. Geil. Geil. Der Reels. Oh. Leeser. Geil. Hm. Muss ich jetzt ehrlich sagen, kein Plan. Die hier schon wieder abgeht. Kommst du nicht irgendwo, irgendwie geradezu in diese Tür darin? Die Tür? Die. Oder die da. Die da. Ja, ne. Was steht da oben drin? Steht da oben dran? Kommandantzentrale. Okay. Steht hier drin? Spannung, Freizeit-Dingsbombs. Wie steht der Arzt drin? Bombenlager. Bombenlager, ey. Tja. Stimmt, irgendwie nach 10 Minuten zeigt er mir irgendwas an. Gold. Gold. Deswegen sind wir mal reich sterben. Tja, kein Plan. Würde gar nicht einer noch wissen, bevor der Raum, äh, bevor der Part zu Ende ist. Hm. Weil, dann brauchen wir nachher nicht rumsuchen. Durch die Tür, oder? Doch nicht. Geradezu da. Woher kommen sie, meister? Nö. Hä? Nehmen wir hier in der Mitte des Tisches, springen wir da, wo der Globus ist. Mal da drin. Hm. Unten runter ducken. Genau. Alles klar, na dann. Vielen Dank für das Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn teile ich, wir haben Pettis. Ja. Es war ein sehr anstrengender Kampf. Naja. Das war hart, der Raum. Der war echt krass. Vielen Dank. Bis neulich, Freunde. Scheiß Generalstab. Bis neulich. Bis neulich. Bis neulich. Bis neulich.